Hier sehen wir ein Standardzimmer, ganz normal, Doppelzimmer. Hier hat man alles mit dabei, Duschgehen, Badewanne, Dusche, ist alles in einem. Hier hat man Tee mit dabei, Minibar, schöne Betten hat man mit dabei. Es ist so wie im Selin, genau das gleiche, bloß hier hat man direkt einen Meerblick. Das ist ein Zimmer direkt am Meerblick und das ist halt schön, je höher, umso schöner es hat. Man hat halt einen ganz tollen, ganz tollen Ausblick. Zwei Stühle, wo man sitzen kann, man kann hier ein bisschen Reche aufhängen, ganz, ganz toll.